Jetzt hör mir mal gut zu. Das ist unsere einzige Chance, wie wir was von dem Geld wiedersehen können. Sind wir bei der Kohle schon längst um alle beherrscht? Ja, ist mir doch scheißegal. Wenn ich in meinem Leben so schnell aufgeblieben hätte wie du, dann wäre ich heute noch ein kleiner Kisten-Cramer. 40 Stunden die Sperrfrist sowieso abgelaufen. Und wenn du in der Zwischenzeit einen in der Sporttasche siehst, dann rufst du mich auf dem Handy an. Dann kannst du mal gucken, wie schnell ich hier bin. Jetzt lernst du endlich mal bei Details zu arbeiten.